... ... Günter Schabowski ist tot. Ach, das ist doch der nette Herr, der aus Versehen die Mauer geöffnet hat. Steckst du deine dann auch hoch? Äh... Bei einem Waldbrand sollten wir das Löschflugzeug einsetzen. Es kann Brände großflächig bekämpfen. Aber Vorsicht! Das abgeworfene Löschwasser kann Personen verletzen. Höre! Ist in Arbeit. Wird erledigt. Erwarte Befehle. Achtung! Eine Einsatzkraft wird angegriffen. Okay, hier ist eine kleine Schlägerei unter Freunden. Höre! Zu Befehl! Bin bereit! Verstanden! Das Risiko ist übrigens immer noch da, dass die Leute, ähm, einfach stehen gelassen werden. Also ich habe kein, äh, Feuerlöschboot, äh, kein Feuerlösch... äh, Flugzeug. Das müsstest du haben. Nein, einen habe ich auch nicht. Okay. Aber ist schon okay, das hat sich gleich eh erledigt. Und meine sind jetzt auch unterwegs noch? Ne, Bro, kannst du schon... ist ja erledigt. Der Waldbrand. Äh... Der Polizeihelikopter bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen in der Basis. In Ordnung. Ja? Wird erledigt. Wir haben eine Meldung über eine Person mit schweren gesundheitlichen Problemen erhalten. Ich schicke einen hin. Ich mach schon. Ich mach schon. Anschließend muss sie versorgt und abtransportiert werden. Aber sie ist nicht unter einem Haus eingefangen. Äh... Das ist doch wenigstens etwas Gutes, oder? Hast du eigentlich mal deinen Täter jetzt mal langsam festgenommen? Äh... Der wird gerade vom Helikopter weggebracht. Na, okay. Beziehungsweise... Äh... Schon wieder ein Brand. Ja. Alles jetzt... Achtung! Eine Industrieanlage ist in Brand geraten. Giftige Chemikalien treten aus. Okay. Lass ihn da auf. Also was ist die? Kannst du da hin rumlegen? Joa, so halb ist... Joa, so halb ist... Alles klar. Kein Problem. Ist schon unterwegs. Okay. Verstanden. Aber mit dem Atomalarm über Berlin? Das ist ne Aufgabe gewesen. Boah, cool. Die war wirklich anstrengend gewesen. Okay. Die war nicht... Die war wirklich nicht lustig gewesen. Achtung! Mindestens eine Person vor Ort wurde chemisch kontaminiert. Wir müssen diese Personen so schnell wie möglich mit unseren Feuerwehrmännern in ein Dekontaminationsfahrzeug bringen. Ja, was meinst du, was jetzt gerade um die Ecke kommt, hm? Ist die Conti? Mhm. Höre! Alles klar! Erwarte Befehle! Verstanden! Höre! Sofort! Erwarte Befehle! Verstanden! Erwarte Befehle! Erwarte Befehle! Erwarte Befehle! Verstanden! Erwarte Befehle! Jawohl! Genau, von oben einfach runter. Ja? Wird gemacht! Ja? Jawohl! Notruf. Ausbruch eines Waldbrandes. Ursache unbekannt. Es wurden mehrere verletzte Personen getötet. Okay. Löschen Sie Altrende. Versorgen Sie alle Opfer. Höre! Äh... Ja? Ich bin schon unterwegs. Mhm. Verstanden! Sofort! Ich bin auch schon unterwegs. Ja, ich mach schon. Kann ich mich alleine drum kümmern. Ist okay. Wie gesagt, die beiden sind schon unterwegs jetzt. Erwarte Befehle! In Ordnung! Verstanden! Du willst doch auch nur Punkte machen. Sei doch ehrlich! Äh... Notarztwagen hast du auch schon hingeschickt? Ja, drei Stück jetzt. Okay. Bei einem Waldbrand sollten wir das Löschflugzeug einsetzen. Ja, ist schön. Aber das haben wir nicht. Es kann brennen großflächig bekämpfen. Aber Vorsicht! Das abgeworfene Löschwasser kann Personen verletzen. Was geht's? Alles klar. Was geht's? Alles klar. Puschen einer unterriss. Was geht's? Ich bin auch da. Okay. Ja. Wird erledigt. Was könnte der junge Mann wohl haben? Ähm... Hm... Also bis jetzt war es immer in der Regel so, dass es die Schweinepest war. Weil wenn es die Pest wäre, ähm... müssten wir etwas größere Geschütze auffahren. Was geht's? Was geht's? Verstanden. Alles klar. Ich weiß gar nicht. Habe ich Emerging Z5 ausgewählt? So, Frau. Nein, schon. Aber sei froh, dass ich nur Emerging Z5 ausgewählt habe. Wahrscheinlich. Eine Serverauswahl. Weil... Mit 16 hätten wir jetzt richtig Probleme. Dann geht das nämlich richtig ab. Ansteckende Schweinegrippe! Natürlich! Was ist ein Wunder! Was ist ein Wunder! Och... Heile ihn! Heile ihn, Karl Dietrich! Heile ihn! Willst du nach Hause? Verstanden. Geht doch. Kommen die gleich so. Bin dabei. Also, mit der Pest, da ist das die Kontaminationsfahrzeuge nämlich ständig unterwegs. Da sind die Notärzte ständig unterwegs. Und du brauchst den Intensivtransportwagen dafür. Besonders bei der Mission, in der Kampagne die Mission Hamburg Stadt in Angst. Boah! Ach! Einfach nur geil! Jahrtausend. Kriegst du das auch mal so für 5 Minuten mal ohne Mission? Ähh... Wird man sehen. Okay. Weil ich muss bei mir ganz kurz wohin! Bis gleich! Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Boah, wenn die Feuerwehrautos nicht so lahm wären, ne? Weiß ich nicht. So, was holst du wieder rum? Die scheiß Feuerwehrauch, ich kümmere mich schon drum, aber die Feuerwehrautos sind echt warm, ey. Und willkommen Foxon auf dem Stream. Bei einem Waldbrand sollten wir das Löschflugzeug einsetzen. Es kann Brände großflächig bekämpfen. Aber Vorsicht, das abgeworfene Löschwasser kann Personen verletzen. Ich beeile mich doch schon, nur schneller als sie. Wenn die Dinger nicht schneller fahren können, kann ich da nichts für. Ist doch wahr, oder? Äh, ja. Wow, ein ganzer Baum... Ah gut, zwei Bäume brennen. Wow. Das ist natürlich jetzt sooooper anstrengend. Jetzt sind es sogar schon drei Bäume. Vier Bäume. Jetzt muss es aber Gas geben, ne? Ja. Ich glaube, wenn ich müde werde, werde ich beeilbern. Und dann nehme ich in dem Moment dann ehrlich gesagt die besten Videos auf. Weißt du Bescheid für die nächsten Streams? Aha. Äh, ich... Wenn du bedenkst, was heute Nacht bei... ...Läuers auf vier gewesen ist, abgegangen ist, macht das. Stellen Sie Ihren Zustand fest und versorgen Sie sie. Wenn nötig, transportieren Sie sie ab. Welchen Typ finde? Der ist im Hinterhof. Das ist Tricky da. Dann macht... Oh. Ah, ich hab'n... Ja? Alter. Achtung. Ein Brandstifter ist entflohen und hat ein Gebäude mit einer Person gegangen und alt gesteckt. Nehmen Sie den Brandstifter fest. Löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich um die Opfer. So. Okay. Da kommt mir halt zugute, dass es relativ nah an der Basis ist. Okay. Wird erledigt. Kein Problem. Was geht's? Bin dabei. Alter, läuft mir in die zweite Person. Und hab' dich. Ja, so Tanklöschfahrzeuge bräuchte ich auch. Kein Problem. Ist in Arbeit. Die so ein bisschen mitlöschen. So. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Was geht's? Jawohl. Höre. Nein, nein, halt. Wird erledigt. Wird erledigt. Aus. Aus. Oh, ich hasse das schon wieder. Der Streifenwagen bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen in der Basis. Er will da nicht hingehen. Das ist tricky da. Was geht's? Wird gemacht. Höre. Wird gemacht. Bin dabei. Was geht's? Sofort. Zu Befehl. Zu Befehl.